hallo und jetzt bekommen auf einen kanal hier zu einer weiteren folge meines nostalgie projekts ja ja wenn es noch transportieren einmal und da muss man rauf der vertrag ist ja geschlossen das muss man noch hin dass man dann jetzt den boni das alles kriegen das ist ja sehr wichtig da muss man schauen sind ja noch andere verträge was auf sind wenn wir dann schauen welche wird es hier zuerst machen und dann natürlich ja unsere andere gemeinde wo wir hier alten steigen glaube ich war das man da hin natürlich hinten schauen dass wir ja nicht verlaute babbeln hier unsere einfahrt verpassen ja irgendwo irgendwann bald einmal kommt das an gucken ja hier ist es da ist es ja hat hier das schloss aus loch im zaun lassen ich habe das so gut ich habe das so gut du kannst ja ich habe das so gut Ei, 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 "'Mass paras!' Oh, ei, ei, ei... Der Käse von den Südtirolern war ein bisschen, glaube ich, sehr salzig. Miesener Ahn. Da war es so richtig für ein Biss. Tja, und die Hagel ist heute auch ganz leicht. Da habe ich ja Glück gehabt. Jetzt bin ich schon zweimal mit meinem Auto in Hagel gekommen. Ich glaube, es ist ein Glück, es war das kleine Hagelkorner. So, müssen wir uns jetzt beeilen. Langsam, wenn man sich hier anfängt auszukennen, ja, das ist immer so. Entweder steht der oder er fährt. Denk ich mir. Das kostet Geld. Das kostet Geld. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, da vorne geht es wieder runter. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So Ui, bin jetzt mal dort und die Kollision Das ist wirklich was denn das nervt, muss ich wirklich sagen Passtasch ist schon leer Also aber wer will die Kollision, wie weit die bei den Steinberg drüber hinausgeht Nicht normal So, jetzt fahren wir den auch noch schnell runter Dann hätte das vielleicht doch in den Hänger reingepasst Vielleicht halb poliert So, mal abschalten So, den Schlauch darauf holen Und mal den Träscher mal abwaschen Schauen wir mal unten an Nein, ich hab auch noch So So Sieht ja der Glas ja fast bald aus wie neu, muss ich sagen Das Schneidwerk ist noch nicht sauber So Oh, jetzt würden wir ihn ja hier hinlegen So Jetzt sauberen wir mal schnell rauf Aber es könnte sein Aber es könnte sein, dass es nicht Platz gehabt hätte So So Um erst mal das hier abschließen So 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 Jetzt haben wir mal anständig Kohle gekriegt Ja Und ich hoffe Wir sehen uns bei der nächsten Folge natürlich wieder Wenn es heißt Lohnunternehmen Bei dem Mann Geben zeichnet Danke für's Zuschauen Bis zum nächsten Mal Bei Franz Ciao Ciao Ciao.